Diese Blumen, das ist ja wunderschön, ja, die Azaleen da, hier gibt es auch Gemüse, ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist Rote Beete, hier ist das Fenchel, die Sonnenblumen, ja. Und hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen beide nicht viel geworden. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Haus verliebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubländern herumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Wlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017